Und weiter geht's! Langsam aber sicher haben wir den Dreh raus in Borderlands 3. Gerd hat jetzt auf jeden Fall... Gerd, das sieht so geil aus, wenn dein fetter Typ da rumhüpft. Ich könnte mal eigentlich mit Ellie verkuppeln. So, wo seid denn ihr hingerannt? Hüpf! 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 Komm, hör auf, das ist bei Breakpoint schon schiefgegangen. Muss erst mal zu euch kommen, halt da vorne. Hier ist ein Raketenwerfer, den ich mal ausprobiert habe. Kannst ihn haben, Schätzchen! Denk nur dran, ihn auszurüsten! Euiuiui! Ah, okay! Sollten die jetzt hier gelaufen? Ach so, da. Hi, Nick! Ich hab jetzt ein Fahrzeug gespawnt... ...mit nem... Ah! Oben kann man sich raufsetzen. Scheiße für... ...Druck! Und wer... und... ...der jetzt oben sitzt, kann auch den Raketenwerfer, glaube ich, schießen. Ich könnte hier... wir könnten hier was annehmen. Die einöde... Scheiße für... ...Dumpfdruck... ...Dumpfdruck oder so ähnlich. Jemand konnte sein Maul nicht halten. Stupf ist endgültig... ...annehmen... ...abgehen. Hey Kammerjäger! Das ist der Raketenwerfer hier oben. Ja? Schieß mal! ...verbreitet Scheiße über die Raiders! Das geht so lieber, amigo! Oha! What the fuck? Oha! Ist mir eigentlich egal... Nur zwei Sitze. Ja... Ja... Wir brauchen ja kein Auto. Andererseits reicht's vielleicht auch ihm ne Kugel den Arsch zu jagen. Wie steige ich denn wieder aus? Als Warnung für die anderen Banditen sich nicht mit den Raiders anzulegen. Gut, dann würde ich sagen, wandern wir jetzt da hoch und machen ein bisschen Bumm Bumm, wa? Ja. Ach, jetzt kommen die Kollegen da wieder. Die Kollegen sind... Hab ich! Hat sich gefreut! Er ist doch super! Ging genau! Ha! Ja! Schatz, das ist übrigens... Boah, stirbt doch du Sau! Hey! Ich bin schon immer was. Ich bin schon immer gestorben. Oder ist wieder so ein dicker? Ich bin schon immer lang. Ja, alles doch schön. Nice. Die haben wir mal kurz beseitigt. Geh mal... Neue Munition holen. Läufst du oben grad lang, Gerd? Ja. Ja, Munition brauche ich auch. Wo holst du denn Muni? Am Automaten. Ah ja. Haha, was für eine Frage, ne? Im Quickie-Markt. Wo sonst? Ja, ich hol auch noch mal Munition. Oh, die Idee. Habe ich zwar eben schon, aber... Sicher ist sicher. Ach, er zeigt doch an, welche Munition man nicht kaufen kann, weil man sie nicht braucht, ne? Du brauchst einfach nur, wenn du vor dem Automaten stehst, Kuh drücken und der kauft dir alle Munition, die du brauchst. Ah. So, wo wollten wir jetzt hin? Eigentlich in eine andere Richtung, oder? So. Also, ich bin wieder voll. Warten wir noch auf Gerd und Benny. Nick, der rennt da schon hin. Nick, denk dran, wenn du da hinläufst und du löst den Trigger aus, stehst du alleine da, ne? Wie hoch er hin will. Wir müssen rechts rum. Naja. Du wolltest den Trigger nicht auslösen, ne? Genau. Ja, da vorne ist eine Rampe. Ja, da kommen wir aber auch ohne Auto lang. Echt mal. Meinst du? Ähm. Okay, könnt ihr... Ihr müsstet aber noch ein Fahrzeug spawnen können. Uiuiui. Ja, dann kommt zurück. Oder einer, dann spawnt noch ein Fahrzeug. Benni. Ja, ich laufe gerade zurück. Ja, ich auch. Wenn du mir verrätst, wie das geht, dann mache ich das. Ja, du musst dich, zeige ich dir, komm mit. Ja, ich renne. Förmlich. Alles gut. Ah. Oh, auf Ball hast du denn? So, guck mal. Hier ist das Terminal. Und dann kannst du ein Fahrzeug spawnen. Ich kann dir aber auch noch einzoomen. Nutzen. Ja. Ah. Ich bin für das erste direkt, was? Ja. Ich spawn nicht los. Ähm, kann spawn. Ich drücke es da drauf. Ja, ich drücke es da drauf. Das war ich freigeschaltet und drücke ich da drauf. Nicht da eigentlich jetzt eins kommen. Ich mach jetzt es. Ich mach dem so ein Scan. Genau. Ja, das dauert kurz. Fahrzeug da? Ich bin bei mir, das könnt ihr noch. Was könnt ihr denn? Kannst du nichts mehr drücken, oder was? Ich konnte zurück drücken. Okay, warte mal. Steig mal hier in das Fahrzeug ein. Ja, ich schaue ich besser weiter. Und fahre damit mal weg. Kappen zweitens spawnen. Oh, beide. So, das ist nicht ganz so geil. Oh, zieht ihr mal nach rechts? Mann. Du steuerst das mit dem, womit du auch zielst. Ach, ich seh's gerade. Ich schmeißen Granaten in die Säcke. Brauch dir Hilfe? Hm, geht. Sei jetzt schon drüben? Ich sitze alleine. Da, ich bin hier unten gelandet. Ich hab mir die Lücke gefallen. Du seid hier drüben. Ja, aber du musst wieder zurückkommen. Du musst ja einen von denen mitnehmen. Ja, wo sind die denn? Ich bin hier. Ja, dann rück rein. Wenn Nick auch noch zurückkommt, kann er bei mir auch noch rein. Hä? Ich bin doch kein Dreisitzer. Doch. Wo ist denn jetzt? Ja, aber... Da. Da gibt's bei Benni was. Da macht ja auch Sinn. Dann sitze ich auf dem anderen. Was da? Guck mal, Mama. Ist schwerelos. Ich geh mal raus. Sehr schön. Todeswunsch gewährt. Ja, nee, ist klar. Dann Truck ist in der Gegend. Ich kann den Wixer fast schon riechen. Sieh dich unkriegt. Oh, Alter, macht dir viel Schaden. Wird eventuelle Hilfe gebraucht? Okay, vergiss es. Bin dabei. Ja, nee, ich meine, er hilft, indem ich was trippe. Okay, ich bin tot. Okay, die Genauigkeit von dem Dings ist relativ überschaubar. Ah, jetzt. Danke. Ich habe den Namen jetzt plötzlich auch nicht mehr. Ja, die Namen verschwinden. Ja. Kann wohl nicht wahr sein hier. Du hast anscheinend kein Glück mehr. Wie geil. Viel Glück noch. Waren wir hier oben? Oh. Oh, ja. Ich bin so ein bisschen tief runtergefallen. Alter, die fliegen so geil mit der Schrotflinte. Also so. Oh, scheiß mit der Schrotflinte. Die fliegen so übelst weg, ey. Oh, ja. Ach, das sind die Flinte. Ähm. Komm mal. Also ich hier noch. Freunde. Ja. Ich habe hier ganz viel Besuch. Oh, ja. Da oben. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. da liegt ein schönes scharfschützengewehr möchte haben ich habe glaube ich auch noch andere waffen gerade eingesammelt öffne die falle wahrscheinlich irgendwie mit strom hat jemand stromgewehr aber hier geht ein kabel lang wir bräuchten den adapter kammerwehr kurz zu mediamarkt aha ein hinweis oben umsehen jetzt spring doch da hoch die tür ist auf ich bin mal instant da unten durchgefallen ja aber ich kann mit den granaten ich kann nämlich kann sie ja nicht wer also ich kann sie schon werfen aber ich habe schon eine gute so ich könnte aber meine andere granate ausrüsten nächste mission die ich habe ist und er drückt auf die knöpfe kultstatus vergib dich zur heiligen rundfunk station immer wieder unsere karren hier oder ja wo habe ich ja die zweite gestellt wie ist kaputt also dann gehen wir ohne können einfach um das eine mitnehmen können ja das worden geht aber immer nur bei den car points ich bin jetzt die eilige karriere mit auch dieses wer bist du denn du bist ja süß komm mal her kann mich jemand wiederbeleben bitte boah die geben aber richtig hart auf die fresse hier hallo hallo wiederbeleben hallo hallo ich stehe auch vor dir ja ja du musst auch stehen bleiben aua und ein alter danke what the fuck ist denn jetzt los ja ich blieb hier jetzt auch rum komm 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 dann krieg ich da oben yes sehr gut kommen wir da hoch hier aber hier vielleicht über den stahlträger die natürlich wir natürlich nicht oder auch hier kommt mal wir kommen hier hoch hier muss es doch ein weg hoch geben ja nö ist klar ich baller erstmal sicherheitshalber erstmal drauf gehörst du zu diesen kdk spinnern oder was keine sorge kumpel ich halte die stimmen mit dieser mächtigen kappe auf meinem kopf fern cool cool super cool kann ich diesen hut haben oder oh nein nein ich könnte mich nie davon trennen jetzt nicht du musst erst die schüssel zur übertragung der gedankenkontrolle zerstören sie senden stimmen in mein gehirn oh man du hast den mann gehört zerstöre diese sendeschüssel ich brauche diesen hut ich spüre wie die gedankenkontrolle nachlässt wo sind denn die anderen sendeschüssel denn wo sind denn die anderen sendeschüssel ich spüre auch gerade also einer war direkt über ihm fast über ihm aber da oben wahrscheinlich da oben doch oben da hinten werfer da oben steht die karre da oben steht die karre seid ihr zu zweit da oben ich hab also ich wenn ich komm hierher dann setz ich mich rein ich weiß nicht wo mayo gerade ist ne die müsste noch da unten stehen ihr macht das schon ja zerstör weiter die schüssel damit ich endlich diese stimme los werde jetzt bin ich schon zerstört so sag das doch dann könnten wir nochmal ein auto spawnen ja aber jetzt jetzt kriegt jetzt einer den hut das ist aber vielleicht ich weil ich mit dir gesprochen habe ja das könnte gut sein ja bitte schön ja ja was denn ok ah ich mach das auto jetzt da unten ist gerade eine karte gefahren also gerd und ich sind hier oben an der rundfunkstation wie seid ihr denn da hoch über den weg da hoch benny kommt zu mir ja dass ich hab gott besucht wird es worden steht unten in der legende auswählen und dann steht auch eine taste für sporen lenkung hallo muss mit der maus lenken lenken so wie du zielst wir müssen aber hier oben hin wenn ihr die mission kultstatus ausgewählt habt soll wir waren auf dem richtigen weg für kultstatus wir müssen darunter gärtner brummt wieder man wer ist denn noch mit der karriol wer ist denn das ja das sind gärtner nicht jetzt noch da wir also bei kultstatus müssen ein stückchen fahren ich komme mit der steuerung hier absolut nicht klar dann lass mich fahren jetzt habe ich dieses fliegende viel getötet und kriegt nichts dafür so ein schweiz du bist du denn du musst du musst gar nicht zu zweit sein für den raketenwerfer kannst du alternativ du kannst auch mit der rechtsklick schießen ich glaube schon mal kurz munition wenn wir schon hier sind ähm voll verarscht gutes zeug oder mein klan ist auch darauf eingefallen diese idioten also ich bin den kalypsos nie begegnet aber sie müssen die schrecklichsten blutdürstigsten psychopathen sein die pandora je gesehen hat ich meine mein klan hat mich erst als anführer akzeptiert nachdem ich einen keller mit meinen bauchmuskeln getötet habe was braucht es da wohl um alle klaren sein dafür bräuchte man einen 20 pack 18 mindestens hier könnt ihr auch schilde kaufen ja neben dem ort ich will aber gar mal die schilde tauschen das hier ist mein lieblingsstück für die nächsten fünf minuten wir brauchen versicherung wenn er gute ausrüstung trägt die hauptsache das ding hat nur oben was er hat einen boost noch dazu gekauft noch nicht mal fahren kann er ja elende viehschaf alter geht aber gut ab hier ja ich muss gerade mal auf die karte gucken ob hier in der ecke sind wir nämlich falsch ja sind wir müssen da lang alles klar hier halten wir mal ne menge ausgesehen aber mal schneller bin ich ach komm echt jetzt diese eine karte ist weg so beide karten sind weg alles gut was wir jetzt keine karren mehr haben ja wir müssen jetzt hierhin zur klippe des aufstiegs einer 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 und wie es weitergeht steht in der nächsten folge das würde ich auch so sehen bis dahin tschüss